Musik 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 Oh Feuer 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 Ja so weit wie es geht Ich brinne Ich zieh eigentlich nicht Wir sind heiße Typen Nein 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 Ja Wir finden das richtig geil Oh Cooler Hintern Oh Der ist eigentlich Wo wollen wir wie alle rumgeiern Ich hab wieder Marshmallow Häuser Bis auf Pistole Wir müssen die Häuser da rein Wir müssen sehr schnell was finden Damit wir unsere Verfolger Du das linke ich das rechte Ihr müsst mich dann erstmal schützen Michi kurz Das ist das linke für mich Ich hab nämlich gar nichts Ich hab wieder Marshmallow Häuser Das ist so ein Witz an die Grafik Hallo Bief Ich kotz alter Das ist so behindert Ich weiß nicht was das soll Oh Na AK AKM Komm schon hin Polizeiweste Verband Ich hab kurz Standbild Michi Also ihr seht ja wo ich stehe Hier ist der Uzi Wo ich bin ne Uzi Oder in der OMP 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 Ist egal Ich brauch das Wo Ja wo ich bin Was verstehst du dann wo ich bin nicht Ja ich muss aber gucken wo du bist So Sorry du musst Ich hab keine Ahnung wo die hin sind Mist Die Häuser laden nicht bei mir Geiler Warten Moment vielleicht wird es noch was Aufnacht zumindest Also falls jemand ne Waffe findet oder so könnte er mir die hinlegen Ich kann nichts machen Warte mal kannst du dir aufnehmen Warte mal Warte 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 Ich lege dir grad die Pistole hin Warte ich geh zu den roten Häuser nach vorne Kannst du aufnehmen Ja ja hier draußen geht es aber ich kann halt in kein Haus rein weil die Häuser bei mir nicht Okay dann schon voll kurz voll kurz wir haben schon die Häuser benutzt Die Häuser laden immer noch nicht Oh jetzt laden die Häuser Geil alter Richtig geil Es leckt wie Sau aber die Häuser laden Also wenn du noch eine Pistole brauchst die in den Häusern liegen noch ein paar Ich hab nicht schwer Ich hab hier noch irgendwo ne größere Waffe Ich hör mal wieder nix Also ich will nicht schießen ich bin direkt bei dem äh Okay gut Hier liegt noch ein Rucksack Ja ich komm Zwei Rucksäcke die nichts ausmachen Aber Slack bei mir wie Sau Ich weiß nicht ich schlag gleich alles kaputt hier Ich dreht den PC gleich einfach zusammen ist mir egal Auto hinter euch Links hinter euch Ja ich sehs Ja ich sehs Ja ich sehs Vorsicht mich die Auto kommt 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 ja Ja ich spiel Lock4 Bei mir egal Das ist ein Jeep Das ist ein Jeep auf der Straße Den könnten wir nutzen Kreise erstmal das Haus um sicher zu gehen Okay Leute ich versuch mir den Jeep zu Ich versuch mir den Jeep zu kreinen Ich hab Fahrzeuggeräusche gehört Scho 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 Auf mich ich weiß nicht von wo Ich kann das nicht orten Ich versuch mir den Jeep zu kreinen Warte ich komm mal mit zu dir Wo ist der? Auf der Straße Richtung Westen Ist der weit weg? Ne Von Tag können auch die Schüsse gekommen sein ne Ich würd auch Oh ja 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 Oh 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 Shit 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 Weg 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 ins Haus rein Von wo? Ja von Westen Genau da wo wir uns gezeigt haben Von wo kommen die? Von wo kommen die? Von wo kommen die? Westen Von der Stadt Von Mark Genau so geschafft Also von der Siedlung da Auf euch? Ja Ich hab doch uns voll den Schuss abgebracht Ja Wir sind gut verletzt von uns Mario vor allem Ja das hat sich dann erledigt Ja Sollten aber weiter Richtung Norden auch nochmal Wir sind wieder am Rand der 9 Weil wir leben noch alle vier Wir gehen wir jetzt hier vor Wir müssen jetzt hier raus ohne dass sie erschossen werden Ja ich bin draußen Also ich bin hinter Michi irgendwo Sag du mir wenn die weiter geht nicht Ich scope noch bei denen Von den fünf kleinen Häusern da hinten auf der Straße? Oder von wo aus? Ja von Westen Westen Von der Siedlung irgendwo Ja wo steht der auf der großen Karte wo Westen ist Da oben Du hast doch wo Westen Ja ich will doch bei einer großen Karte gerade noch gucken Ja das ist so die Gegend mit den fünf kleinen Häusern Danke Ja Oh shit shit ich hab ihn grad gesehen Ja Bei dem kleinen Häuschen Bei dem kleinen Häuschen Was? Hast du nix? Hast du nix? Oh shit der hat's Schuss, schuss, schuss Hier Fuck Mario macht direkt Tür auf Damit ich noch getroffen werde Michi hast du was zum heilen Ich werd nur mal gucken Ja Fuck Komm mal zu mir Mario war ja schon Zwei Reifen oder sowas Ich hab gar keine Verbände dabei Fuck Leute Leute die schießen durchs Fenster Leute weg da Ich schießen durchs Fenster Gehen zum Fliegen Wow Wir müssen hier raus Ja wohin Weg Oh shit ich kann grad nicht Ja ich hau ab Von allen seiten hier beschossen Hier noch was Nein Mann ich kann ja grad nur nicht raus Okay Komm doch hinten raus Ich kann mich grad auch raus Ich muss mich doch verbinden Ich bin hart am Limit Okay okay ich bleib bei dir Den Berg hoch Sollen wir den Berg hoch Okay gut Okay raus hier oder? Ja ja Komm Kommt ihr zu uns oder? Wir kommen zu euch Ja Ja ich hab ein Verwandte Warte hier ich trock Ah fuck jetzt hab ich alle 10 gedauert Fahrzeug von hinten Buggy von hinten Ich wurde gehittet Ich wurde gehittet Ich wurde gehittet Ich wurde gehittet Du triffst gar nichts mit der Shotgun Ich bin gerade auch bemerkt Leute wir müssen weg hier Wir müssen weg von der Benke Ich bin down Ich bin down Von hinten Leute wir müssen hier weg Von zwei Seiten auf Schütte Vom Westen und wo? Doch Christian hinterher Westen und Osten Ich bin gehittet Wir laufen jetzt vor den Buggy fahren hinterher Lauf erstmal weg von da Die sind tot Die sind tot Die sind tot Alter das war jetzt richtig kacke Wir haben das zu lange Wir müssen aufpassen Hinter uns die Leute und vor uns die Leute Wir müssen weiter Richtung Norden lieber Wir müssen weiter Ich bin fast tot Achso du musst dich verbinden Okay Aber das sind mehr Das sind mindestens zwei oder drei oder so Ja Von allen Seiten Oh Gott Mario siehst du wo wir hin müssen Warte Alter Ja zwei Minuten Oh Gott hinter uns in der Senke Zwei Leute Zwei Leute hinter uns in der Senke Ja renn einfach Ich hab nicht genug Schuss für die Okay Ich treff mit der Arkham nicht gut genug Aber Michi das ist so kacke Jetzt sind wir mittlerweile wieder bei jedem Mal wo die Häuser nur Marshmallows sind Hm Ich muss jetzt einfach nicht ob es schlauer wird zurück zu rennen um die Buggy zu holen Nein 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 Die hätten uns direkt da abgeknallt Ja Deswegen Ich weiß noch die Häuser hier links ne Ja ja die sind direkt immer noch in der Nähe Ja dann noch 22 Sekunden fuck Wir müssen Wir müssen doch noch Ne wir müssen jetzt hier rechts rum Um über die Brücke Mario Ja wir müssen über die Brücke ich weiß Du gehst aber über die falsche Brücke Ist doch noch eine Ja sie ist direkt bei mir wo ich gerade hinlaufen ist eine Brücke Ah Das ist die die viel näher an der Zone ist Von da kommt zwar irgendwie Schüsse Und nicht wurde geschossen Ja Ja ich sehs ich sehs Links bei den Bäumen Fuck Bin gleich Down Hinter uns sind auch noch Leute glaube ich Scheiße Flucht nach vorne Flucht nach vorne Das hilft dir Oh Gott Oh Gott Fuck 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 Ich glaube ich von hinten Oh du Scheiße Irgendwie von hinten Irgendwie von hinten Das wurde auf jeden Fall von rechts Von rechts Oh Gott Ja Aber links Ich wurde aber auch von rechts beschossen Von allen Seiten Oh man Ja das war in meiner Runde wo wir nichts getroffen haben Ich glaube ich habe ich glaube ich einen typ mal einmal angehiltert Ich habe einmal einen angehiltert Ja wir hatten Handicap hallo Handicap Ein unserer teammates hatte technische Probleme Ja Es läuft Geil Vielleicht Vielleicht strengt sie euch diesmal ein bisschen an Okay Steven Okay Hey Mario Was hast du dazu sagen Und was gibt es noch zu sagen Komm gleich im Ladescreen Ja, Steven? Ja, wir können das eigentlich... Oh, es regnet! Michi, was wäre mit zweier Squads? Also zu viert, aber zweier Squads, aber das ist dumm, oder? Das ist dumm. Das ist dumm. Sehen wir uns ja auch nicht. Oh man, ich lege immer wieder zurück, das ist dumm. Ihr seid dumm. Dumm ist nur der, der dumm tut, sagt meine Mama. Ihr seid alle dumm. Meine Mama sagt immer, das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Man weiß nie genau, was drin ist. Lecker. Ja. Okay. Drei. Drei. Eins. Go! Aber ich kann nichts. Ich kann was machen. Um genau zu sein Richtung 75. Das ist auch von meinem Lachen. Mach jung. Hier an der Hauptstraße sind ein paar kleine Siedlungen, da können wir landen. Da ist die Hauptstraße. Ich bin Hauptschule, Hauptschule. Michi, welche? Oh Gott, oh Gott. Ja hier jetzt, bei mir unten. Ja ich komme, ich sehe jetzt. Michi, links an die Blocks oder wo? An der Hauptstraße. Also ich habe so viele Waffen, also wenn einer kommt, knall ich ihn ab. Ähm. Warum ist Mario wirklich so extrem im Norden? Ernsthaft? Mario, was hast du gemacht? Er ist echt extrem im Norden. Das hast du gemacht? Ohne Scherz. Das Spiel ist abgestürzt. Achso. Chris, wollen wir? Okay. Haha. Michi. Also das wollten wir doch machen. Ich brauche nämlich eine Waffe, ich habe gar nichts. Okay, wir sind gerade hinten. Ich brauche einen Rucksack. Ja, da hinten looten, komm Chris. Okay, okay. Weil hier gibt es leider nichts mehr. Also du bist einfach rausgeflogen Mario. Yo. Okay. Ich fahre mit dem Buggy, es dauert mir sonst zu lang. Bei mir stößt der Spieler, also erst bei dir, dann nochmal bei mir, dann nochmal bei dir. Ich habe ne Idee wohin. Und ich sag, hey, ab in den Süden. Ohne den Mario, ey, oh was geht. Ohne den Mario, ey, oh was geht. Wem guckt Mario eigentlich zu? Ich kann gar nichts suchen, weil das Spiel komplett abgeschmiert ist. Ich bin in der Lobby und warte auf euch. Schön. Wenn jemand kommt, überfahre ich den Spieler, ne? Ey, ich piste den nieder, ey. Bam, 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 bam. Oh, das Buggy. Wir wollen kurz was testen, ganz langsam bitte. Ganz, ganz langsam. Noch ein bisschen schneller. Okay, geht nicht, fahre weiter. Was hast du getestet? Ob ich während des Fahrens umsteigen kann? Oh, hier ist jemand gestorben. Anscheinend nur umsteigen, wenn wir fahren. Nein, 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 ich bin als ob. Was ist das denn für eine Kacke? Oben auf dem Hügel zwei Stück. Ja, ich bin auch tot. Alter, ich werde ausgenockt und da fähig ich auch so ein Fahrzeug raus. Team Rang 22, mega. Ja gut, was haltet ihr auch am Fahrrad an. Das sitzen einfach zwei auf dem Hügel. Ja, ich würde da auch nicht aussteigen, Ritter. Ich glaube, das waren sogar drei. Geil. Ey Mario, wir haben uns mal entschlossen, so Brainstorming-mäßig, es ist voll assi, dass du nicht mit uns spielen kannst, deshalb darfst du jetzt mit uns spielen. Wir wollten einfach mal schnell die Runde verlassen, deswegen. Ja, ich habe auch gedacht, kommt, das ist assi, ohne den Mario. Mario wartet jetzt so lange, weil das Spiel abgestürzt ist. So, alle auf Play. Hältst du einfach mal an? Ja. Wir haben ja diese zwei, drei Leute gesehen. Und wer... Okay, gut. Ich dachte, da findet einer nicht auf Play. Alter, das regt so auf. Ist das ein roter Traktor? Das ist ein roter Traktor. Ich lasse mich jetzt hier killen. Nein, Steven, sag da sowas nicht. Das ist total scheiße. Wir sind 15.000 Kilometer voneinander entfernt und bei mir laden die. Man lässt sich nicht einfach killen, nein. Hast du auch Muni für die Waffe? Können wir mal oben auf den Hügel gehen und mal gucken, wie es da oben aussieht, ob wir da jemanden sehen können. Mal Richtung G4 am besten. Willst du mir die Sniper geben, wenn du da für Muni hast? Ja, ich hab halt sonst nichts, ne? Achso, okay, dann behalte da halt. Trefft uns so ziemlich in dem kleinen Dorf. Ja, da können wir looten. Bei mir halt 1, 2, 3... Ja, davor ein bisschen. 7, 8 Gebäude sind da. Wie viel Schuss hast du für die Sniper, Michi? Äh, 10. Und was für den Muni nimmt die? Ähm, 7,62. Oh, davon hab ich im Schuss, geil. So, also gleich haben wir das. Always look on the bright side of life. Hat die Halle schon gelootet, oder was? Er legt noch einen Helm. An welcher Stufe? Ja. Du bist zu mir in den Raum gekommen, ich hab hier die Sniper hingelegt. Ja, und ich hab jetzt 8 zu Racketingsbums dabei. 8x Zoom. Hahaha. Haben, haben, Freund. Äh, ne? Äh, braucht jemand Shotgun, oder? Ich hab mit dem Shotgun. Ja. Sind wir mittlerweile 1, oder? Das ist die hier, oder? Danke, Michi. Verdammt. Hier bin ich wohl. Wer braucht den 8x Zoom? Hier ist auch ne Mikro-Itsi, ne? Wer braucht den Zoom? Wer braucht den Zoom? Ich brauche den Zoom. Oh, Helmstufe. Helmstufe 2, egal. Ähm. Wo? Wo? Ah, da, da. Danke. Mach den drauf direkt. Jupp. Geil. Michi, wir leben noch. Danke. Das ist die 4cp. Naja. So. So. Okay. Da! Spieler! Von wo? Hast du ihn? Hab ihn gekillt. Da ist noch einer! Bitte hilf mir! Still! Jetzt drin! Hab ihn! Danke. Bei mir kam auch nochmal Schiss auf mich. Ist was rausgegangen. Kannst du mir die Tür zu machen? Ich hab wirklich nur noch ein HP oder so. Aber das heißt, da müssen noch einer sein, da muss noch einer sein, ich hab den auch nur verletzt. Oh, Scheiße. Hölle. Ich dachte erst, dass es wäre einer von uns. Nimm dir auf jeden Fall einen Helm, du hast keinen Helm mehr mit mir, ne? Ja, der ist weg. Und Zone. Wir sind in der roten Zone, mach die Tür zu und bleib drin am besten. Ich muss mich erstmal lange verbinden. Was hat denn der dabei gehabt? Das sind zwei Leute gewesen, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob das der war. Hier ist noch einer, glaub ich. Ja, hast du die beiden gefühlt. Oh, ich sehe einen. Bei den einen, ich den anderen, Chris. Aber... Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Hier liegt richtig viel Sniper, Muni, Chris. 154. Ja, hier ist einer. Hab ihn. Super. Chris, hier. Hier, bei mir, hier. In der Kiste. Habt ihr jetzt alle schon einen Kill geschafft? Seid mal leise, seid mal leise. Pst, 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 pst. Ey, 5,6 Muni. Na, irgendwie. Na, der hat jetzt alle einen Kill. Leiser! Ich glaub, hier ist noch einer unterwegs. Äh, wir müssten ein Stück weiter nach, äh, Osten gleich dann wissen. Aber wir sind immer noch auf der Bombenzone. Wir sind immer noch auf der Bombenzone. Äh, Auto. Auto und 49mm Munition. Direkt, direkt vor unsere Tür. Wo ist das Fahrzeug? Äh, Richtung 285. Ist er weg. Hinter dem kleinen Hügel 285. Ist er aber weg? Ja, vielleicht steigt er dahinter aus. Wissen wir nicht. Weiß ich nicht. Wissi, du weißt, dass wir weiter müssen noch ein Stück gleich. Ja, aber wir sind noch auf der Bombenzone. Ja, aber wir sind noch auf der Bombenzone. Chris, hier ist noch richtig viel Muni. Hier ist ne fucking Bombenzone, ja? Ich komme gleich. Ja, ich sag's dem. Ich hab den aus dem Auto kurz gesehen. Aber wir stehen direkt kurz vor der Zone. Die Leute sind hier. Die sind ausgestiegen. Vor der Tür. Oh. Wer schießt da? Ich hab geschossen. Aber entscheid einfach. Ja, ja, Richtung Nordwest. 300 Grad. 300 Grad war gerade einer zu sehen kurz. Ich seh das Auto. Im Gebüsch. Ah ja, da kommen sie. Da kommen sie gefahren. Komm zu uns. Das war mein Motorrad. Hatte ich dir schon. Ich hab keinen Fahrzeug. Mindestens einer, noch rechts. Mit dem Fahrzeug. Aus. Die halten an. Keine Gnade, Leute. Ich hab schon... Ich brauch keinen Polomen mehr. Wir müssen dann in welche Richtung? Wir müssen dann in die Richtung. Es ist nicht weit, aber wir müssen... Okay, dann los. Okay, ich laufe. I will gerade auf Mario schießen, ne? Hier ist der Wagen, hier ist der Wagen. Sollen wir den nehmen? Ich fahre, ja? Weil der abgeämmt wird. Ja, Moment, Moment! Komm, 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 komm! Gib Gummi, gib Gummi! Haha, wie dumm sind die? Ja, noch. Freu dich noch nicht. Oh, fahr! Fahr, fahr, fahr! Ich bin down! Mario, wir können dich einhalten, wir holen dich gleich. Gib Gummi, gib Gummi. Ich werde tot sein. Obwohl, noch leb ich. Weiter, 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 weiter. Ich bin... Nein! Kacke. Steven, rennen. Links neben uns. Was ist links neben uns? Da ist ein Auto stehen geblieben. Oh, ich renne jetzt einfach. Wir hätten nicht ins Auto steigen sollen. Rennen! Das sind mindestens zwei Links von uns. Äh, hinten links. Ungefähr. Ja. Da ist ein Buggy für euch beide links. Ja, es brennt aber halt. So wie das aussieht. Wo sind die Bastarde? Wir rennen einfach erstmal. Wir müssen uns irgendwo heilen. Beziehungsweise ich müsse mich heilen. Oder? Links von uns schütze. Links? Ja, links von uns. Unten ist auch ein Gebäude. Unten. Zwei Stück. Gehen wir jetzt runter. Das ist ein Auto. Ich weiß nicht, ob das fahrbar ist. Sollen wir in das eine Gebäude... Ja, das ist fahrbar. Ja, dann wird da aber einer sein. Ich glaube nicht, dass das, was vorne ist. Wir werden wahrscheinlich von da oben irgendwo gepusht. Von da unten. Ja. Weiter runter, oder? Gute Frage. Hauptsache, welchen bitte gelten Jacke überhaupt zu holen. Wenigstens ein bisschen grün. Kleiner Tick. Ich hab keinen blassen Türmer wohin, ne? Das ist irgendwie scheiß Posi hier. Komm, komm, komm. Wir müssen schon hier runter. Sollen wir in das Auto... Ne, das Auto ist zu auffällig. Das Gebäude da oben würde ich auch nicht gehen wollen. Michi, guck mal auf das Haus davon. Da vorne sind Leute. Schüsse, da war ein Streifstoß grad gleich. Hat's gehört. Deine Richtung. Sniper von... Ne, von gegenüberliegenden Seite irgendwo. Westen, Südwesten, irgend sowas. Michi, du musst von hier kommen. Und links von dir. Ach, du bist verletzt? Ja. Wir sind voll in der Schlussbahn, ja. Oh, von hinten, von hinten. Alter Schwede. Genau die, die ich dir angesagt hab. Von wo? Team Rang 12. Von wo kamen die? Von hinten. Von wo ganz am Anfang gelaufen sollte. Ah, toll. Ich hab den nur von der anderen Seite wahrgenommen. Oh, Mann. Also... Da war auch... Nee, wir hätten nicht in den Wagen steigen sollen. Also, ich weiß nicht. Ich wurde getroffen, ne? Bin aus dem Auto raus. Und hab mich dabei selbst überfahren. Alter. So dumm. Ja, das geht hier. Ja, aber das ist dann nach vorne. Hast du dir geile Let's Plays angeguckt von anderen? Natürlich hab ich das gesehen, aber... Ey, geil. Ich kann mir hinterher was kaufen. Geil. Boah, geil. Shopping. Ja. Ja. Also, ich ja. Ich trinke jetzt gleich Play und dann geh ich kurz pissen und dann bin ich wieder da. Ich geh auch. Das klingt auch gut. Wir sehen uns dann nach der Werbepause. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.